In dem Jahr, als wir verkauft haben, haben wir 4 Millionen, das waren dann Deutschmark, also 2 Millionen Euro Umsatz. Wir hatten natürlich eine goldene Zeit, wir hatten genau die richtige goldene Zeit erwischt für das Internetgeschäft, es kommt ja immer wieder, sei es damals die Eisenbahn oder was auch immer kommt, das war in der Zeit, war es einfach das Internet. Und damals wurden Firmen gekauft, ein Faktor des Umsatzes, was natürlich wirtschaftlich eigentlich gar keinen richtigen Sinn macht, im normalen Bereich wird es niemals gemacht, da wird der Gewinn genommen, projiziert auf 10 Jahre, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, was sind die Risiko, Abschlag, Aufschlag. Damals wurden Firmen gekauft, Umsatz, wir haben ja, wie gesagt, dadurch, dass wir alles wieder investiert haben, eigentlich gar keinen Gewinn gemacht, wir haben immer eine schwarze Null am Ende des Jahres geschrieben, sodass eben auch gar kein Gewinn da war, so wurden die Firmen einfach Umsatz mal Faktor bewertet. Und dann, als natürlich die Blase geplatzt ist, haben alle festgestellt, ja, wie immer bei jeder Blase, die platzt, dass das gar keinen Sinn macht und dass da viel Geld drauf gezahlt worden ist, aber durch diese Angst, diesen Boom zu verpassen, war das wirklich eine goldene Ära für diese kleinen Firmen, dass man eben, ja, durch den Umsatz bewertet wurde. In dem Jahr, als wir verkauft haben, haben wir 4 Millionen, das waren dann Deutschmark, also 2 Millionen Euro Umsatz, wenn ich mich richtig erinnere, gemacht, wie gesagt, mit einer schwarzen Null. Wir haben zwar dann Gehälter uns ausgezahlt, wir haben auch mittlerweile kleine Firmenwegen gehabt, für uns damals nicht so klein, 3er BMW, aber wir haben trotzdem, die Firma selber hat am Ende des Jahres eine schwarze Null geschrieben, mit 2 Millionen Euro Umsatz. In der Zeit war es wirklich so, dass die Firmen Angst hatten, den Anschluss zu verpassen. Große Firmen, die eben zu lange mit ihren Entscheidungen brauchen, haben auf einmal gemerkt, oh, das Internet ist ein großer Wachstum. Da will natürlich jede Firma teilnehmen, um dann hinterher auch gute Ergebnisse zu haben. Und durch diesen, ja, ein bisschen Torschlusspanik, wie gesagt, wurden, eben der Umsatz, wurde im Verkaufspreis mal einer Zahl, einer einstelligen Zahl, teilweise zweistelligen Zahl genommen, als Kaufpreis. Und bei uns war es dann nachher so, es war einfach eine, eine, drei, es waren drei Teile, es sind drei Teile aufgeteilt, der Verkaufspreis. Einer war sofort fällig, einer war an den Umsätzen gebunden, die noch in den zwei Jahren kommen sollten. Also wir haben auch dann in den zwei Jahren, wir waren damals, als wir verkauft haben, wie gesagt, 20, 25 Mitarbeiter, dann mit den anderen zusammen und weiteren Mitarbeiter nach den zwei Jahren 250 Mitarbeiter. Und der Umsatz wurde nochmal in der Zeit, ich denke mal, mindestens verdoppelt pro Jahr. Und ein Teil der Verkaufspreise war daran gelingt, dass wir zwei Jahre eben in der Firma bleiben. Da es klar war, wir haben das ganze Wissen, wir haben die ganzen Kontakte, wir kennen den Markt in Deutschland, so dass man das eben sich erhofft hatte, dass da ein, ja ein Übergang stattfindet, wo das alles dann an das neue Management übergeben werden kann.